Guten Abend, ich habe eine Frage. Bin ich mit AeroCenter 53 verbunden? AeroCenter 53. Ich brauche ein Zimmer für mich. Haben Sie... Aber für Prostitution. Wann Sie wollen Sie mal? Prostitution. Wie viel geworben ist das denn? Hallo. Ja. Ja. Ich brauche ein Zimmer für Fikken. Wann Sie wollen? Was ich will? Auch für Sie. Im Morgenfrühe. Ja, morgen sind wir frei. Wie viel? A5 Aero. Mit Fikkenblasen? Mit Fikken? Mit? Fikken. Fikken. Reinstecken. Nein, nein. Oh, nee. Machst nichts Puff AeroCenter bei dir? Nein, nein. Wieso? Ich will Fikken. Mein Arschloch ist breit. Ich heiße Najma. Ich habe große Arsch. Ich habe das ein Paket. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe das.